Spannend. Oh! Was klopft hier? Was klopft hier? Was klopft hier? Ja wir sollen runter. Komm runter! Komm runter! Ich bin mit Stolpern! Ich kann nicht mehr aufstehen! Das ist alles, alles un... Stell mal vor! Wie kann man... Wow! Verfick den Scheißen! Hey und Willkommen! Ich bin Herr Bergmann und das ist wieder eine kleine Triple Facecam Action mit einer neuen Horrormap The Basement 2. Wir sind total motiviert, weil das hier die geführte 10. Aufnahme ist. Yay! Und wir einfach Probleme haben, Multiplayer-Maps zu finden, die... Nee, oder Horrormaps zu finden, die Multiplayer-Support haben. Ihr habt uns ganz viele tolle Maps in die Kommentare geschrieben und wir haben viele davon ausprobiert und viele gehen leider nicht oder benötigen ein stetes Zusammenlaufen, was ein bisschen blöd ist. Das müssen wir jetzt hier auch machen. Das heißt, wir dürfen nicht auseinander gehen, sondern wir müssen immer drei zusammengekuschelt, wie vermutlich auch im echten Leben, uns voranschreiten. Und worauf ich hinaus möchte ist, wenn ihr uns tolle Horrormaps empfehlen wollt, dann schaut bitte einmal kurz, ob die Multiplayer-Support haben, weil viele haben das nämlich nicht. Und dann können wir leider so tolle Maps wie Amnesia oder sowas nicht spielen. Stürmwaffel guckt mich grad schon mit seinem verwegenen Blick an. Möchtest du etwas sagen? Hi übrigens! Hallo! Hallo ihr zwei. Na? Und jetzt Intro! Päm, Junge! Los geht's! Okay. Bitte. Jaaaa! Es funktioniert! Es funktioniert direkt, Alter. Direkt gar nichts. Sprinten, ey. Ist mir doch jetzt egal. Hier können wir mal. Tschüss Junge. Oh! Oh! Abgrund! Wo bist du denn? Ey Junge! Ach da! Ich seh Berksman! Hey! Oh krass, ey! Was? Schlag mal! Schlag mal! Wieso? Das ist voll Slowmo bei mir, oder? Krass, ja. Das sieht voll geil aus. Gar nicht. Gib mal einfach mal ne Schlag-Motion. Deinen Arm, meine ich. Ach so! Der Arm! Der ist richtig Horror drauf, ey. Ja. Also hier ging's auf jeden Fall stark in Abgrund, Jungs. Also ich kann's gerne mal... Ach nee, Kratsch. Hier ist ne Mauer. Oder? Ja, aber doch schon ziemlich dunkel, oder? Es ist schon sehr dunkel, ja. Ich muss mal einen Tick heller machen. Ich muss mal hier irgendwie so ein bisschen... Ja, stimmt. Bringt gar nichts. Okay, geil. Video-Settings. Ach ja, stimmt, ja. Es ist gut, ey. Lassen wir es zurück und Bergmann geht vor, würde ich sagen. Nee. Gott, ich seh ja echt gar nichts. Ich seh auch überhaupt nichts. Ja, aber wir müssen uns wahrscheinlich einfach am Boden orientieren. Guck mal. Hier ist es doch. Ja. Na, 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 na. Na, na, na. Ist doch alles easy. Wo seid ihr wieder? Jetzt wird's doch hell hier. Oh. Lauf wieder vor. Ich möchte nicht vorlaufen. Ja, dann lass Palutchen. Guck mal, Bergmann einfach. Ich lauf nicht vor. Okay, okay, okay. Oh, hier steht was. Underhold Road. Okay. Ah! Was ist du denn? Das war irgendein Geräusch gerade. Jemand hat in mein Ohr geatmet. Ja. Und das ist nicht so nett. Okay. Ich hab's wieder nicht getriggert bekommen. Wichtig ist zusammenbleiben, Leute. Zusammenbleiben. Ja. Okay, alles gut. Bergmann, alle nur bei Bergmann bleiben. Der geht langsam vor. Der guckt schon wieder auf den Boden. Ja, weil ich mich hier an den Weg orientiere. Ich seh das doch schon. Was ist hier? Dann müssen wir zurück zur Kreuzung, wo jemand geatmet hat. Ah, hier. Warte. Hier, genau. Hier ganz mutig vorspringen. Ah! Jetzt hab ich's auch gehört. Ja, ist okay. Das ist doch kein Atmen. Guck, ihr müsst mal Rechtsklick machen. Das sieht krass aus. Punch in die Fresse. Bats! Endlich mal den Bergmann auch nicht an den Game. Aber hier geht's ja auch nicht weiter. Verstanden? Verstanden? Ach so. Ach so. Hier war das Schild, ne? Ich dachte auch, hier wird's hochgehen. Ja, dann müssen wir jetzt in den Rück gehen. Ich hab bei mir die ganze Zeit so komische Partikel, als würden wir müffeln. Ja, wir müffeln auch. Ja, warte mal. Nicht so schnell. Ja, ist okay. Alles okay. Alles okay. Was ist denn hier noch? Können wir noch hier rüber? Können wir noch hier rüber? Nee. Schon wieder gefangen. Wir sind gefangen. Ja, weil wir dem blöden Weg nicht folgen, Leute. Ja, es geht doch nicht weiter. Da ist doch die Türe. Hier ist jetzt nix. Alles gut. Und da atmet dann immer ein Mensch. Äh. 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 Aber hier ist doch auch nix dran. Also das ist doch kein... Nee, nee. Hier geht's auch gar nicht längs. Das kannst du... Nee. Der kann mir keiner erzählen. Aber sonst gibt's auch nix mehr. Oh, hier. Hier. Bin drüber. Alles gut, ey. Alles gut. Hier macht direkt Panik. Ja. Gut. Ab ins Verderben, ey. Ah! Das ist ne Treppe! Das Mann fliegt da jetzt runter. Was ist das hier? As of the 13th November, this area has been declared. Okay. Ach komm! Los geht's! Achso, genau. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Will jemand was trinken? Ja. Oh, sorry. Das war gesund. Ja. Keine Drogen. Nein. Ich find das so blöd mit dem Beieinander sein müssen. Irgendwie. Ja, ist doch okay. Dann geh doch vor. Ganz alleine. Nee, 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 nee. Friss doch mal. Weißt du, weißt du, du kannst gerne mal... Ich kann das nicht, Leute. Ich hab jetzt oft noch erwähnt, dass ich niemals im Leben vorgehen werde. Du musst aber vorgehen. Das bist uns einfach mal schuldig. Scheiß muss ich. Du hast die Wette verloren gerade eben. Boah, Alter. Oh, Riga. Was soll denn das? Ah, jetzt hör ich was? Ja. This door. Äh, jetzt brauchen wir wieder ein Key. Was ist das denn? Oh, ja. Hier ist aber eine Tür. Ja, ja. Aber die brauch... Ah. Guten Tag. Paluten mein Name. Paluffel hier. Sie haben angerufen. Sie wollen den Boden repariert haben. Was ist das denn? Aber nur ein Block. Ja, richtig nice hier. Oh, die Welt wird erstmal gespeichert. Gott sei Dank. Huch. Glück gehabt, ey. Ei, 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 ei. Hier geht's noch höher. Hier geht's noch höher. Ach so. Und höher ist immer besser. Und das ist so ein bisschen wie bei, bei, hier, The Ring oder so. Ja. Ist eins zu eins. Alter, was ist das eigentlich auch für ein Basement? Wir gehen die ganze Zeit irgendwo höher. Ja. Hört jemand dieses Ballgeräusch? Ja. Ja. Der Paluten rennt schon wieder... Ja, wo ist Paluten? Oh, es tut mir leid. Ich hab euch nicht gefunden. Hallo. Du bist echt ein Idiot, ey. Paluten, Paluten. Guck mal, wenn ich... Oh, hier sind... Hier ist eine Nummer. Hier ist eine Nummer. Ach, hier ist so ein Computer. Hier ist ein Mainer Key. Mainer Key hab ich gefunden. Können wieder runter gehen. Alles gut, ey. Alles easy, alles easy. Hier ist eine Tür. Paluten. Ja, komm, geh durch. Bergmann geht mal durch. Bergmann geht mal durch. Mann, die Katzen machen mich hier grad wahnsinnig. Alle machen mich hier grad wahnsinnig. Aber wenn es so gut ist, ist euch. Oh, oh, oh. Was ist das? Der Klopft jemand. Hallo. Sie haben geklopft. Paluffel hier. Sie wollen, sie wollen, sie wollen... Ihr Bett, ihr Bett. Hier waren doch eben. Hä? Hier war eben gerade der Schlüssel. Hä? Hier ist so ein richtig lautes Schlüssel. Ey, das wird immer lauter. Ja. Ich weiß nicht, ob wir jetzt zurückgehen. Alter, kann mal jemand drüber reden, bitte? Ich hab da keine... Ja, hallo. Ja, übrigens. Es sind ja... Ne? Und... Was war hier? Oh, hier ist noch was. Das ist eine Waterbottle. Und Strings. Strings? Kann ich die essen? Ja, jetzt hab ich die... Jetzt hab ich die... Ich bring mir erstmal Fäden mit. Denn Fäden sind immer... Ich hab auch Fäden. Oh, okay. Sollen wir langsam runtergehen? Ja, ja, okay. Von unten kommt das Geräusch, ne? Da sollten wir auf jeden Fall hingehen. Ja, hier. Ja, hier. Mal aufmachen hier. Hallo, guten Tag, Paluffel denn da? Oh, da ist jemand tot! Wo denn? Tschüss! Ja, ich hab den Job nicht angenommen. Gute Paluten war das. Der ist wieder an den Apparat gegangen. Oh, hallo Geräusch! Oh Gott! Nein, 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 da geh ich sicherlich nicht. Nein. Rückwärts, Leute! Lassen wir die Party! Rückwärts, Leute, rein! Wup, 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 wup! Es wird lauter. Was ist das hier? Hier ist ein Bild mit einem Messer. Ey, ich fang wieder hier an zu schmetten gerade, ey. Voll das schöne Bild, man. Das will ich auch. Ja. Alter, dieses Ballgeräusch. Es ist ja so schlimm. Boah, ey. Jetzt ist der aber hinterher. Oh, was? Wo ist das? Ja, da war der wieder. Oh, der Alte, ne? Hinter dir! Oh, Digga! Du hast doch... Jetzt kriegst du ja links und rechts. Ja, hier geht's doch weiter. Warum geht denn keiner durch die Tür, dann bitte? Ja, komm, kein Ding. Guck mal, hier steht jetzt. Die Helden. Jetzt wird's leise. Hier müssen wir runter. Jetzt erstmal entspannen, Leute. Oh! Oh! Was klopft hier? Was klopft hier? Was klopft hier? Ja, wir sollen runter. Komm wieder runter. Komm wieder runter. Komm wieder runter. Ich bin gestolpert. Ich kann nicht mehr aufstehen. Das ist alles, alles un... Stell mal vor. Wie kann man... Wow! Oh, fick den Scheiße! Das ist so laut. Das ist so laut. Ich hab mich richtig erschreckt. Ich hab mich richtig erschreckt. Ich hab mich richtig erschreckt. Alter Schwede. Scheiße. Alter Falter. Habt ihr dieses Vieh gesehen? Nee, hab ich nicht. Überhaupt nicht. Was war da? Was war da für ein Vieh? Ich geh nie wieder vor. Ich schwör euch, ich geh nie wieder vor. Was war denn da? Oh, liebes Geräusch. Ey, es war richtig... Es war so richtig... Es war wie bei The Monastery. Das, was ihr gesehen habt. Das am Ende? Alter Schwede. Schwede. Oh, Tigger. Ey, ich schwör euch, ich geh wirklich nicht vor. Also ich... Alter Schwede. Boah, ey, meine Hände sind so nass. Ich hör ja nicht mal meine Maus halten gerade. Das ist richtig schlimm. Also... Das war... Vor allen Dingen, das war so fucking unerwartet. Ich geh hier so runter, weißt du. Denk mir so, ja, was ist los, ey. Wieder... Buhuhuhu, ey. Geh hier so an diese Kiste. Und auf einmal... Ich weiß nicht genau, was es war. Ich hab sofort irgendwie nach unten geguckt und bin zurückgesprungen. Alter Falter. Bist du geportet worden dann kurz, oder was? Ne, ich weiß nicht, wo ich war. Also... Ne, ne, das Vieh ist hier direkt... Ja, okay, lass mal nicht so viel reden. Lass mal bitte einfach nur schnell die Map zu Ende machen, ey. Ja, ihr geht vor. Börst du, Börst du! Ne, doch! Stürmerfeld! Das ist deine Zeit. Time to shine. Genau. Rise and shine, Sleepyhead. Ne, ich geh nicht vor. Ich mach das nicht. Ja, warum nicht? Du musst das jetzt. Ne, ich muss den Scheißmusik an. So, okay, Leute. Alles gut, ey. Stürmer und geht vor. Ooooooh! Ey, Mensch! Ey, das wird zu laut. Habt ihr das auch? Ja, es ist richtig laut. Ich hör selbst meine eigene Stimme. Oh, nein! Da geht doch jemand. Hört ihr das? Auf dem Holzboden. Könnten wir einfach hier bleiben, Jungs? Ja, da geht das. Das sind einfach nur normale Sounds, die abgespielt werden. Ja, da geh doch vor, wenn du so mutig bist. Ich geh... Nur weil ich weiß, wenn das System funktioniert, geh ich doch nicht vor. Schau mal, ich verloote Adrenalin. Ooooooh! Ich hör die doch wieder, ich hör die doch wieder, die blöde... Die blöde... Die blöde Schampe, Alter. Ich muss auch ganz kurz mal so ein bisschen die Geräusche aufsetzen. Da, 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 da. Hier steht nur da. Jetzt sind sie ein bisschen... Wie kriegt man... Wie kommt man da denn hoch? Wenn du denn einfach die Treppe hochgehst? War ein guter Trick. Ne, das geht nicht. Achso. Die Treppe... Da kommt man auch nicht längst. Okay, warte, dann müssen wir wieder zurück. Oh Gott. Ich muss auch mal... Einmal, einmal ganz kleines bisschen nur. Ich, ich hör sonst auch mehr. Ich hab immer noch auf 100 Prozent. Ich, ich möchte auch das mal an die, an die Zuschauer vielleicht noch mal mitgeben, Leute. Ihr müsst das, wenn ihr immer so den, den großartig den Mund aufmacht, dann macht das, weißt du, Vollbild, schön alles komplett dunkel, Musik, aber sowas von laut machen. Und dann können wir noch mal reden. Also das dann immer... Also Paluten hat ja so oder so den Key. Die Sounds gehen hier irgendwie nicht mehr so weg. Ja. So immer so an. Ich geh nochmal in den anderen Raum. Konnte man da irgendwas aufmachen mit einem Schalter? Wo seid ihr? Ich muss sofort abgeholt werden. Mit dem anderen Raum. Mit dem kleinen Berg. Man muss sofort abgeholt werden. Wo ist denn Paluten hin? Ja, der ist hier. Der ist da, okay. Alles gut. Alles gut, Leute, ey. Alles gut. Alles gut. Was ist denn hier auf der anderen Seite gewesen? Oh, 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 oh. Waren wir hier schon? Ne, hier waren wir noch nicht, oder? Wir gehen alle zusammen. Alle zusammen, Leute. Achso, ja. Alle zusammen. Alle drei zusammen. Okay, ich hab immer Angst, dass Paluten weg ist. Okay, okay. Ey, richtig. Es wird wieder viel zu, viel zu nix passiert gerade. Da ist auf jeden Fall irgendwas. Da ist nix drin, da ist nix drin. Hab ich gerade geguckt. Alles gut, Jungs. Alles gut. Alles gut. Was steht da? Was steht da? Joy? Können wir hier machen? Wir können da irgendwelche Sachen anmachen und ausmachen. Vielleicht sollen wir einfach jetzt enjoyen. Vielleicht ist die Map vorbei. Enjoy. Wow, Alter. Das ist nur Sturmwaffel. Ich hab' ich auch. Oh, Mann. Das ist alles nur Schalter. Alles cool. Im Code Code. Aber es gibt doch keinen Code. Doch, wir hatten doch vorhin den Code. 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1. Also wahrscheinlich an, aus, an, aus. Aber wo ist 1 und 0? Ist die Frage, wenn wir fünf Schalter haben. Ja. Ne, hä? Du musst einfach wahrscheinlich... 1 0 0 0 1 0 0. Also das da, oder? Und das war der Code? 0 0 1 0 0, oder? Ich war Hunger gefühlt jetzt gleich. Ich kann mich nicht mehr an den Code erinnern. Keine Ahnung. Ja, musst du noch... Wegehst du mal kurz zurück, Palud. Und schaust mal kurz wie der Code war. Weißt du, ich geh da jetzt nochmal. Oh, ich kann leider die Wasserplatte nicht umbenennen. Oh, Mann. Ja gut, ey. Ja, was machen wir denn? Wo seid ihr? Bei mir ruckelt alles. Ist okay. Ich muss sofort abgeholt werden. Oh, Mann, ey. Oh Gott, ey. Ohne Mist. Bin schon wieder so durch. Ja komm, dann lass doch mal hier ganz mutig irgendwo in irgendwelche Ecken gehen. Was ist denn hier draußen noch? Die können doch von uns jetzt nicht erwarten, dass wir irgendwelche... Oh, 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 oh. Hier grummelt es aber ganz böse in der Ecke, ey. Hier grummelt es aber ganz böse. Jetzt gehen wir einfach mal hier lang. Hallo, wie geht's euch? Spaß, komm, komm, komm. Oh, da ist Essen. Ah, hier ist Essen. Schmeck, 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 schmeck. Oh, ja, essen. Oh, ja, ja. Warte mal, ich hab einen Schalter. Wieso hab ich denn einen Key? Das ist ein Key? Oh, oh, da atmet aber jemand da draußen, ne? Ja, viel Spaß bei mir, ey. Ich bleib erst mal hier drinnen. Hier geht's doch rein. Ja, geh mal rein, Herr Paluten. Ne, jetzt mal ganz ehrlich, weiße. Ich mach das. Wo denn? Wo denn? Ich komm doch schon, Jungs. Ich komm doch schon, Jungs. Ich komm doch schon. Alles easy, alles easy. Ich hol mir jetzt erstmal die Kartoffeln und den Fisch hier aus dem Ofen. Ja, komm mal ein bisschen. Wir kommen bei Alfred Biulek und sowas. Was kostet uns denn Feindes heute? Ja, herrlich. Was ist hier oben in der Kiste? Die können wir dich auch mal nehmen. Ich geh auch ganz schnell aus der Kiste wieder raus. Nee, hier kann man echt nichts machen. Heute gibt es Kopf. Ach, das stimmt. Hier ist ja ein Mensch, ey. Na? Alles gut bei dir, Schatzi? Guck mal hier. Der guckt so ein bisschen wie du, Worksman. Guck mal, der guckt auch so für Schmidt zur Seite. Oh Gott, Alter, diese komische Mugge wieder. Können wir bitte gehen? Ja, ja, können ruhig gehen. Die kleine Waffel hat Angst. Bei mir lag das gerade wieder so übertrieben. Oh, hier ist auch noch eine Tür. Doch da, 113 oder so. Aber das macht ja auch keinen Sinn. Aber hier kommen wir ja her. Was ist auf der anderen Seite immer? Da ist ja auch immer noch eine Tür. Hier ist eine andere Tür. Oh, 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 oh! Ist immer wenn Bergmann redet der ist da laut Leute ihr müsst doch nicht ich frisch Ja alles gut hier, Hi da guck mal, da ist Gomme Das ist 42, ihr müsst doch nicht immer in den Raum reingehen und dann l.a.lala sagen Hier balls 1-1, 0-0, 1-0 Also, Erster an, Zweiter an undVorletzte an Erster an, Zweiter an und Vorletzte an Merken wir uns jetzt hier Ja klar, merken wir uns, merken wir uns Alles gut Mir zeigen die replies Wo seid ihr? Einittens Ich bin direkt hinter dir so, als wäre ich zu... Ich gehe gleich mal direkt vor hier. Macht er, macht er. Erste an, Zweite an und Vorletzte an. So, 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 so. Vielleicht ist es auch genau anders. So, so und die beiden. Okay, das funktioniert nicht. So, das dann an, das hoch, das hoch. Das war richtig. Das war richtig. Ah, geht doch bitte nicht. Geht doch bitte nicht. Was denn? Jetzt müssen wir in den Staircase, wo die Fotze war. Sorry. Das rutscht mir dann einfach raus. Da bin ich dann... Es geht ja auch um dein Leben. Es schreckt mich teilweise für euch mehr. Ja, ich habe auch immer ein bisschen... War das hier? War die Tant hier? Nee, das ist der gleiche Raum wieder. Eins weiter, eins weiter. Ich gehe hier tapfer und mutig vor. Ey, ich bin schon bei Staircase, bin ich schon... Bin schon richtig lange... Bin ich schon richtig lange vorgegangen. To fix a broken staircase, that's what I do. And then we go upstairs, upstairs. Ey, ich bin grad so am Zittern und Wackeln, ey. Das ist ries unmenschlich. Ja, das ist doch geschafft jetzt. Das passt schon. Ja, hier, an der anderen Seite, Jungs. Geh doch mal einer vor. Bergmann oder so. Ja, ist doch okay, Palud. Nur weil du dir immer einen Herzinfarkt schiebst bei jeder kleinen... Ja, ja, genau. Bei ihr hier, bei jeder gelegten... Ja, komm, Jungs, ey. Wir gehen jetzt erstmal hier durch. Mal ein bisschen Partystimmung. What up? Die Sturmwaffel wurde gerufen. Heute auch zu Ihnen zu Hause. Ey, ja, was denn hier? Ja, hallo. Toiletten, Toiletten, Toiletten. Ja, ja. Ist genau... Wow. Sturmwaffel. 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 Na, was hast du gesehen? Sturmwaffel. Ja, hier war der Nächste, ja? War wieder so ein... Sturmwaffel, du gehst vor, ich hasse dich. Hast du den nicht gesehen, Bergmann? Nee. Das war wieder so ein Face. Was denn für ein Face? Hast du die Geräusche gehört? Ja, die Geräusche, dieses... Oh, Alter. Oh, fuck, Alter. Das war, glaub ich, bis dato, der schlimmste Gerät, den ich jemals hatte. Ich bin richtig kurz... Ich war kurz davor, meinen Bildschirm einzuschlagen, wo ich so sehr Angst hatte. Ich würde gerade eine richtige Faustbewegung mit Headset losschmeißen. Oh, ist das wirklich? Bergmann, du gehst sowas von vorher. Ja, Bergswit, weißt du, du bist jetzt definitiv mal dran. Oh. Oh, Alter. Hier geht's auch weiter. Wo geht's weiter? Ich bleib nie mehr alleine, ich bleib nie mehr alleine. Nimm den Shit hier, Alter. Hier können wir... Ich schreide an und aus, ey. Ja, können wir gehen weiter, ey, weil ich hab ja auch... Fick die Henne, Alter. Ja, hier links. Genau überluden. Bergmann einfache. Was ist das hier wieder? Ey, ich will gar nicht mehr. Ich will auch nicht mehr. Machen wir einen Zweiteiler und dabei lassen wir uns bitte unten. Aber vergessen ist einfach... Ja, willst du mich? Ich hab grad einen Herzinfarkt bekommen. Ich hab sowieso schon Probleme, ey. Ich hab sowieso schon... Ich hab schon genügend Probleme, dann muss ich mir das nicht noch antun hier gerade. So, Bergmann, geh mal da rein. Ich bin nass geschwitzt, ich hab Todesangst gerade. Ich kann das nicht, Alter. Ich hab als Kind genug Traumata erlebt, ey. Ja, so sind wir alle, weißt du, wir sind alle interessanter, wenn wir Probleme haben. Jetzt geh mal rein, das ist Minecraft. Jetzt change mich nicht so an, du Pussy. So, los, komm rein. Ich hab aber... Ach, Mann, ey. Ich hab schon zwei Jumpscares hinter mir. Hallo, Paluten, wie geht's dir so? Ich glaub, die Bodenguck-Taktik von Bergmann war gar nicht so schlimm. Och, hier, guck mal. Oh, da ist wieder irgendeine Truhe. Bei dieser Truhe, das war echt richtig zum Kotzen, ey. Du atmest, Alter. Ich bin so angestrengt gerade. Wo ist Paluten denn? Wo ist Paluten? Hallo, ich bin hier. Hallo, hallo, guten Tag. Du bist auch einfach weg und tauchst dann wieder auf, ey. Was war denn das für eine Fresse? So ein bisschen so wie, ähm, wie, äh... Wie heißt denn hier? Der Gute aus dem Let's Play-Forum, der Julian, weißt du? Sein Gesicht so in Rot und mit Blut. Das muss man einfach mal sagen. Grüße an dieser Stelle vielleicht, ne? Ja, Grüße, Julian. Wir wissen, wie du aussiehst. Ach, ey, Jungs, bei aller Liebe. Ich kann jetzt nicht in jeden Raum reingehen. Ich spring jetzt hier einfach runter in die Mitte, in der Arena. Ah! Nein, ich bin gefallen! Nein, 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 nein. Du bist nicht gefallen, du bist doch hier! Alles gut, alles gut. Das war, weil ich hier in den Raum reingegangen bin. Ja gut, das ist dann genau Bergmannsraum, in den er reingehen sollte. Ich mach das nicht wieder alleine, Jungs. Ich mach das nicht wieder alleine, ne? Ich geh jetzt hier einfach irgendwie rückwärts auf den Wurf. Leute, okay. Es ist okay. Rest in Peace, Victoria. Was? Irgendwie... Könnt ihr bitte nicht weggehen? Oh nein, Alter. Victoria Underhold. Warum... Warum würde man denn auch hier irgendwo reingehen? I don't know. Oh, ey. Ich will nicht mehr. Ich hab auch keine Lust mehr gerade. Ich muss ganz... Ich muss ehrlich gestehen, ich würds lieber abbrechen gerade an der Stelle. Weil ich einfach Todesangst habe vor Minecraft. Ich will nicht. 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 Ey, es ist zu laut. Es ist einfach zu laut, Leute. Es ist wirklich hier. Es ist viel zu laut. Vor allem die Sound sind auch nicht mehr so gruselig, sondern es ist einfach nur... Die machen meine Psyche gerade ehrlich gesagt kaputt. Ja gut, dann raus. Raus hier. Lass uns mal kurz hier. Wo bist du? Wo seid ihr? Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Wir nehmen uns an der Hand. Hier haben wir Wasserflasche. Lass uns doch kurz mal hier raus gehen. Kurz mal kurz mal hier raus. Einmal raus aus der Tür. Riviere ist denn... Das hört nicht mehr auf. Das hört nicht mehr auf. Lass einfach weiter gehen. Es ist doch nicht zwingend, dass wir da reingehen, oder? Es ist zwingend. Ich weiß es nicht. Es ist zwingend. Ich geh jetzt einfach geradeaus hier weiter. Ich geh jetzt einfach geradeaus hier weiter und hier sind zwei Türen offen. Hilfe, Hilfe. Es wird auf jeden Fall leiser wieder. Es ist alles gut. Es ist alles gut. Wir haben das jetzt geschafft. Wir können auch einfach... Jeder Raum ist Todesangst. Jeder Raum ist einfach pure, pure Todesangst. Aber... Oh. Aber wir können es auch einfach so machen. Wir haben ja so oder so immer Schwierigkeiten, Maps zu finden, dass wir wirklich einfach einen zweiten Teil hiervon machen. Ja, genau. Machen wir ja auch dafür. Wir machen jetzt hier Stopp. Es ist ja sonst wirklich schwierig für uns, neue Maps zu finden. Ja. Okay. Gut. Und wisst ihr was? Wisst ihr was? Beim zweiten Part geh ich vor. Okay. Oh. Das wird nie weitergehen, Leute, an der Stelle. Das war der erste und einzige Teil von The Mainer, den ich jemals gesagt habe. Warte. Wenn das Video tausend Likes erreicht, dann geh ich vor. Zeig der Bergmann seine Nippel. Mach mal 2.000. Bei 2.000 muss Bergmann... Bei 2.000, genau. Bei 2.000 muss ich komplett vorgehen. Ja. Uh. Bei 1.000 muss Bergmann dreimal vorgehen und bei 2.000 muss Bergmann die ganze Zeit vorgehen. Okay. Gut. Alles klar. Hat Spaß gemacht, Jungs. Ich bin raus. Tschüss. 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 Tschüss.